Hallo Leute, ich habe heute einen besonderen Gast in meinem Video. Ach, wir machen eine Anmoderation? Ja, wir machen nur die Abmoderation. Achso, nein, wir machen eine Anmoderation. Gut, gut, alles klar. Nicht? Wir machen, wenn wir die nicht brauchen, dann tun wir sie weg. Okay. Okay, sind wir noch im Lauf? Mhm. Ja. Herzlich Willkommen zu den Outtakes. Schön, dass ihr da seid. Stimmt, Outtakes. Und zwar machen wir heute ein Video zum Thema Geschwister. Entschuldigung, ich wollte nur mit einsteigen. Machst du immer alles kaputt. Dreh dein Video alleine. Ja, also ich bin erstmal hier hingekommen und Esther hatte alles vorbereitet, hat sie zuerst gedacht. Und die SD-Karten sind immer... Ja, ich muss immer mal verlieren. Aber Esther hat natürlich echt gut gemacht. So, Esther hat einen Applaus. Oh nein. Was ist passiert? Esther ist ausgegangen. Die Speiterkarte ist eh gleich vor. Nee, das ist scheiße. Ach, Karte voll. Ach, du bist auf Foto, glaube ich. Ach so. Scherif. Nein, die ist schon wieder ausgegangen. So, okay, okay. Und da geht gleich die zweite Kamera raus. Freunde, es war echt... Hat echt viel Spaß gemacht mit euch. Ihr habt so riesen... Nee, ich... Ich... Ja, ist mir dann auch aufgefallen. Schon vorher so, gib den Namen nach oben und... Was? Komm, tada. Also, wie würdest du reagieren jetzt? Kommen wir dich ja mal direkt hier vor. Also, ich hätte nicht mitgemacht. Was? Wieso das denn nicht? Zack. Das sagt sie jetzt. Das sag ich jetzt, ne? Musst du ja auch so sagen, ne? Ja. Musst du auch so sagen. Wie kommt denn das sonst jetzt? Will man doch nicht gut machen? Schreiben die alle runter. Der Steckschampel. Oh, du Scheiß, ich warne dich. Every time. War gut, ne? Voll. Brrr. Dreh mal hin. Every time in my... Das ist eigentlich ganz witzig. Ich lasse das. Mhm. Hängst du ihn jetzt so? Ja, aber da kann ich so... Moment. Das ist nicht gefallen. Das ist gelb. Das ist gelb, das ist übrigens rot. Kannst du auch mischen. Was ergibt das? Ja, was ergibt das? Ja, muss aber googeln. Hast du die extra nur dafür gekauft? Ehrlich gesagt sind die von Lisa. Schöne Grüße an Lisa. Oder wir machen einfach Lisa blau. Blau. Okay, der war nicht lustig, ne? Was ist das denn? Esther! Was soll ich machen? Jesus Maria. Jesus Maria. Jesus Maria. Entschuldigung. Eiche. Oh? Was war ich? Entschuldigung. Magst du was gehen? Nana. Nein. Nein. Ich sehe schon, als du das gesehen hast. Entschuldigung. Entschuldigung. Durchgefühle haben. Ja, schon die ganze Wohnung. Nein. Es. Dann kenne ich mich einfach nicht. Nein. Es. Es. Es war so leid. Was ist denn daran so lustig? Was? Wer ist das noch? Hör mal wieder. Zack, zack. Du hast ja gekocht, ne? Ja, dann essen wir jetzt. Oh, guck mal. Das müsste ich da nehmen. Wenn die Speicherkarte reicht. Ach so, wir nehmen die mit zum Essen. Ja, das machen wir. Warum denn nicht? Hast du das gute Besteck rausgeholt, ne? Pfff. Da ämpelst du nicht? Nee. Nehmen wir das auf gerade? Hast du einen Ressort? Ja. Ich mach mal nehmen auf. Wie fandst du den Drehtag? Lustig. Hat hier alles gut geklappt? Ja, vor allem. Von der Technikler, ne? Von da an. Boah, das schmeckt super gut. Das schmeckt auch echt wie Flausch, ne? Ja. Weil ich das so gut angemacht hab. Ach so, das hätte ich jetzt gar nicht irgendwie... ... auch gar nicht. Ja. Weil ich das so gut angemacht hab. Oh, der Onkel Peter hat mir voll die nette Karte geschrieben. Und dir? Auch. Und 20 Euro. Warte mal, das passt ja irgendwie vom Deutschen. Nee, was hast du bekommen? Und was hast du bekommen? Ja. Auch ne Karte. Und 20 Euro. Was? Aber das ist ja mega unfair. Jetzt sagst du, tja, ist mir doch egal. Ja, gerne. Das ist voll lieb von dir. Ja. Wunderschön. Tschö. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Pete. Ja.